ah ja was der für ein körper gemacht hat also dafür dass wir uns machen heute abend ich habe keine ahnung ben war gestern da ich habe sie gefragt was machen die anderen für ein arsch chris war da pimpf war da ja pimpf und ich haben uns hardcore besoffen deine eltern sind schwere alkoholiker ist ja auch immerhin meine mutter irgendwie muss ich das hier ertragen und schön doch klasse wie leise die anderen immer sind wenn sie aufnehmen ja weil ihr gerade zu laut zeit und hält ein let's play im normalfall nicht davon ab laut zu sein ich bin immer hätte wie man steht einfach instant kaputt war skadi fragt mich gerade was hier gerade viele leute bei uns im ts sind meine wofür wurde das wort fick dich erfunden die eltern von joe einer von denen sie ist ja nicht hier ach komm ach ja killian heißt das ist jan das ist meine mutter ja das ist mein sohn ja weil die scheiß mercy die ganze zeit nur auf dem kack reaper drauf fällt ich muss mal den junkrat da oben runter holen das ist normalerweise meine position habe ich jetzt nur sie was sie groß ich habe den junkrat gekillt könntet ihr mir mit eurem overwatch gedöns in einen anderen channel vielleicht gehen nein gleich mache ich das jetzt eigentlich achso egal gut dann gehen wir gleich runter in den overwatch channel wir können uns auch über www unterhalten damit sie digital collectors pack von lügen geholt das heißt ich kriege ein level hunderter geschenkt ja läuft das war glaube ich in der normalen version auch dabei kann sein ich habe einfach mal die deluxe dich geholt dann hast du noch ein mount und ein pad obendrauf da habe ich die ganze scheißult von dem typen von dem soldier weggetankt habe auch klar ist der rechts der von mir schon wieder ja immerhin der verlust des waschbären ist unsere geringste sorge die wichtig ist der versteinerte frau so eine haben wir noch ah da kommt der scheiß reaper also entweder ihr redet jetzt über w.o.w. oder geht in einen anderen channel warte die zwei optionen habt ihr jetzt ich kann ihn nicht oben user lebt ich bin entsetzt entsetzt ist er die ladebalken dauern bei mir gerade so ewig mal schauen vielleicht haben wir nach der quest sogar schon level 87 und dann hätten wir sogar schon fast die hälfte von pandaria geschafft jetzt muss bloß noch der ladebalken irgendwann mal durch dauert hier nämlich eigentlich wieder viel zu lange okay ja ja Oh. Das hier ist verärmbar! Ach man, brauch ich so nix. Eine Waschmaschine ist fertig, Moment. Nun, plötzlich hat's zu regnen aufgehört hier. Kann man jetzt hier nicht wohnen, ach ich würde, was man muss. Musik 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 Genau wie ich vermutet habe, die Horde ist hier in Pandaria. Und sie haben sich mit den Hosen verbindet. Wir mussten das Dorf der Perflossen darüber unterrichten, aber nicht bevor wir ein paar Orts erledigt hatten. So, Mann hat nur zwei. Bitte? Zwei was? Mann hat nur zwei Quests. So, wenn ich das richtig sehe, reicht die Quest bei mir zumindest fürs Level-Up. Wie rüstet man die denn jetzt auf? Toll. Kann man nur bestimmte Ausrüsten oder was? Nach dem, was die oben für einen Text schreiben, was sie gerne machen möchten. Ja, das ist richtig, aber ich sehe hier nur... Endlich. Wir müssen ja die Deutschen haben. Einen... ...Crit-Tempo-Crit-Meisterschaft. Weil hier sind gerade so viele Leute unterwegs, dass man kaum die Gelegenheit hat, einen aufzurüsten. Und jetzt sollten die beiden nur schwarfen werden. Egal. Er will Magier werden. Gute Dich weit. Gute Dich weit. Wo ist die hier? Äh, ich muss noch zwei von denen ausrüsten. Hä? Die Tiere, achso. Ihr könntet ruhig mal ein paar Sekunden auf mich warten, bis ich auch da bin. Warte. Bin gleich da. Okay, los geht's. Fünf, ich könnte ja eh mal einen Wasserscheid rauskramen können. Mataclysmus. Raps. 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 so das ist wieder jemand anders ja da muss da mehrere leute ausbilden wenn der eine fertig ist kommt der nächste damit täglich ob es wieder es ist jetzt zusammenziehen ja da schließt es wusste wusste es Angst? Oh, bleib so krass. So, fertig. Oh ne, ich bin glaub ich im Kampf, aber ekels. Ne, doch nicht. Na dann. Die Allianz wird sich durchsetzen. Die Allianz muss sich durchsetzen. König zählt auch noch. Warten mal ganz kurz bis Chris hier auch da ist. Wir haben jetzt ne ganze Armee von denen dabei, wenn wir da dritt drinnen marschieren. Es gibt noch eine Klasse. ...eigen. ...säken. ... ... ... ... Das war's für heute. Also, frag mich ja immer, wenn die Hosen alles Mögliche angreifen, was nicht sie selbst sind oder irgendwelche Verkündeten, also irgendwelche anderen Affen sind, wie konnten sie sich die Horde dann mit denen verbünden? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich hab die Hordequests hier nie wirklich gemacht. Weil sie halt zusammen mit denen kämpfen, also, naja, die Hordler haben einen Haufen Hosen abgeschlachtet und irgendwann haben die Hosen festgestellt, ey, mit denen kann man eigentlich ganz gut kämpfen. Wir haben auch einen Haufen Hosen abgeschlachtet. Ja, aber wir haben uns halt mit den Fischmenschen verbündet. Na, jetzt sagen wir mal, wir machen den Feierabend, dann häng ich meine Händen auf. Hm, wie lang haben wir denn eigentlich gemacht jetzt? Ein bisschen über eine Stunde. Na gut, wären drei Folgen. Können wir die Quatsche unten noch abgehen? Vielleicht vier, wenn es großzügig ist. Können wir ins Gasthaus gehen? Oder ist hier auch ein Gasthaus? Ähm, ja, hier ist ein Gasthaus. Okay. Ziemlich genau hier. Das ist schön. Genau, hier sagt er und ist irgendwo, wo ich mich sehe. Ah ja, da. Immer da, wo der Briefkasten ist im Zweifelsfall. Wo ist denn hier der Briefkasten? Ist direkt davor. Hier, da, das ist der Briefkasten. Ach, lol. Ist das da? Hey, eine heiße Quelle. Ich habe die Füße gebarben. Alle vier. Immer in der Pfütze. Ja gut. Und mit diesem schönen Bild beenden wir jetzt einmal die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich dann Level 90 fertig und dann, ja, geht's beim übernächsten Mal. Wir tragen ihn nach Draenor. Ja gut. Ja gut. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Ja gut. Bis zum nächsten Mal.